heute das und mehr in diesem video ich bin uli und los geht's vier themen vier dem themen zeige ich euch heute und die bauen alle vier aufeinander auf es gibt doch dinge die macht man einfach lieber als andere bei mir sind das zum beispiel kleinkram ich liebe kleinkram wer mich gerade nicht verstanden hat weil ich mein alter uli mann hier ein bisschen rumgenusselt habe hier kleinkram ich liebe kleinkram und zwar kleine dinge die man auch ganz gerne mal von hand baut also nicht unbedingt mit 3d drucker herstellt auch nicht unbedingt mit laser cutter herstellt sondern ganz alter manier mit pfeile und messer und was weiß ich nicht alles und darum geht es heute was möchte ich euch jetzt ganz gerne zeigen im hintergrund sehen wir schon dass ich ja den den steinbruch ein bisschen weiter ausgebaut habe was ich noch nicht gezeigt habe das heißt ich habe euch im letzten video schon ziemlich viel dazu gezeigt ich habe dann noch ein bisschen mit farbe gearbeitet und 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 das werden wir schon noch sehen ist überhaupt kein problem kommt auch noch ein bisschen mehr das heißt weil ich ganz kurz dazu ich habe den steinbruch etwas sandfarbener gemacht ich bin also von diesem grau etwas weg ich weiß nicht ob man es im video jetzt hier wirklich so sieht wie in echt und ja er ist sandfarbener geworden weil ich habe mir überlegt das soll ein bisschen raus stechen zu den üblichen grau schwarzen steinen die überall auf der modellbahn habe und wichtig war mir jetzt dass ich einen einen untergrund schaffe wo ich jetzt die fahrzeuge draufsetzen will wo das gebäude drauf konnte habe ich eine ganze weile überlegt habe ich gesagt na gut wenn man sich so filme anguckt ist ja die einzige referenz die ich irgendwo habe wenn man sich filmen anguckt das ist immer so ein sandboden unten drunter irgendwo ja also mit stein und kiesel drauf und das habe ich jetzt versucht nachzustellen ich habe hier also ein relativ roten quartz sand genommen den ich jetzt paradoxerweise sandfarben angemalt habe aber der zeigefinger aber das war ein grund der dahinter stand und zwar ist dieser rot touch noch immer etwas zu sehen ich wollte mich abheben zum beispiel von meinen wäldern oder von meinen wäldern natürlich so groß wie kanada von meinem wald ein quatsch von meinem wald ein bisschen abheben das heißt ich wollte hier nicht diesen sogenannten wie wir als kinder genannt haben teddy sand hier unterbringen ich habe das halt im rot gemacht habe es grundiert und dadurch ist der leicht rötlich entstanden aber ihn dann bemalt wie gesagt habe spuren reingezogen mit den fahrgestellen meiner fahrzeuge und dann entsprechend ja mit wasserweißleim hart werden lassen kennt man ist überhaupt kein hexenwerk dabei irgendwo hier im hintergrund zeige ich euch jetzt ganz kurz ohne groß darauf einzugehen dass ich die mauer bemalt habe die habe ich am 3d drucker erstellt interessanterweise habe ich ja vorhin gesagt dass ich nichts mit 3d druck gemacht habe aber das habe ich in vor zwei drei videos schon gezeigt ist also nicht jetzt wirklich 3d druck heute gewesen sondern ich habe es lediglich bemalt bei die mauer ja immer noch so beige farben da stand das geht ja gar nicht da habe ich mir überlegt und der frosch ist wieder da da habe ich mir überlegt welche farbe gibt es in den ganzen ich bin beim ziegel rot hängen geblieben man hätte es ja auch irgendwie ziegelgelb anmalen können ach quatsch habe ich mir gedacht mach es mal ziegel rot nachdem ich das gemacht habe habe ich noch die übergänge nach zwischen dem steinbruch und dem grund dem boden man sieht es diese leicht rötlich gelbe jetzt hier unten recht gut dass der kies runtergerollt und runtergerutscht ist auf den sand auflegt und so weiter man sieht das ganz gut an den kanten da unten und da habe ich sozusagen den übergang ein bisschen geschaffen das kann ja keine harte kante bleiben das geht nicht da habe ich also noch ein bisschen erde hin gerieselt habe die dann entsprechend wasserweißlein wieder fest werden lassen und dann habe ich einfach noch mal betupft mit meiner grauen farbe noch ein bisschen wasch drüber gemacht und dann war das ein wunderbarer übergang irgendwo fand ich recht wichtig bei soll ja auch nett aussehen was ich jetzt mache ist der zweite teil übrigens schon diesen tunnel dahinten den kann man ja so nicht lassen wie man ihn da sieht das sieht ja überhaupt nicht aus ja also kommt da ein vorbau dran aus holz das wird in zwei schichten erstellt einmal aus starken stabilen stemmen oder nicht stemmen balken und da musste ich natürlich gucken passen denn die lkw ist überhaupt noch drunter ich habe das zwar damals ausgemessen passt schon irgendwo der tunnel ist so und so hoch da passen lkw ist rein alles gut ja habe ich es jemals mit dem balken ausprobiert nein jetzt habe ich es gemacht und musste erfreulicherweise feststellen es passt ja es soll ja ein kleiner tunnel sein es soll ja nicht ein riesen tunnel sein der zweispurig hin und her führt ein kleiner tunnel wo am tag mal zwei drei lkw durchfahren die eine fuhre schott oder nicht schott aber schotter oder was auch immer da durchfahren sollen so war mir das halt gedacht ja also wie gesagt nichts für ein großbetrieb ist ja auch ein kleiner steinbruch irgendwo dann habe ich das ganze angepasst das ist immer ein bisschen frickeleide habe ich euch jetzt hier nicht gezeigt man muss dann immer die höhe nehmen kennt ihr alle selber bin ich mir hundertprozentig bewusst wer es nicht kennt der hört es jetzt von mir und dann muss man anpassen das kann man nicht messen bin ich ehrlich das kann man nicht messen es ist ja auch nicht alles gerade da drin es ist ja schief ich musste dann noch anfangen die die balken bällchen diese leiste da auf einer feile so ein bisschen hin und her um das ganze immer wieder anzupassen reingehalten passt es und so weiter und so fort und das ist natürlich ja das macht man automatisch da brauche ich jetzt nicht groß zu sagen zu sagen und zu zeigen das ist quatsch nachdem ich das in drinnen eingebaut hatte hatte ich ursprünglich sollte es nur in drinnen so sein hatte ich mir überlegt das sieht ein bisschen wenig aus ja so ein paar balken da in einem tunneleingang passt irgendwie nicht so richtig wie könnte das denn noch sein habe ich gesagt naja gut was ist wenn steine von oben runter fallen ja ist tatsächlich so was ist wenn steine von oben runter fallen da kommt gerade ein lkw und durchgefahren und liegen die drauf der fahrer tot oder wie auch immer also habe ich jetzt noch ein vorbau davor gesetzt habe mir aus aus streichhölzern die keine streichhölzer sind das sind also holzchen im streichholz format ohne diese reibefläche vorne dran davon habe ich jetzt hier ich weiß nicht zwölftausend stück liegen oder irgend so zwei so einen riesigen beutel habe ich davon und den tipp habe ich mal damals mit den hölzchen vom norweger hier norwegian dreams oder wie er sich nennt er hat das auch so gemacht an seiner großen brücke die er gebaut hat wer es gesehen hat und dachte ich mir okay die bestellst du dir auch habe jetzt hier 6000 hölzchen obwohl ich sie mittlerweile vielleicht mehr auch aus dem laser cutter trocken kann oder hatten kann aber da wären sie zu akkurat das passt auch nicht okay habe das davor geklebt habe das dann braun gemalt ohne kommentar dazu und bin dann frei schnauze von hinten mit dem langen dünnen schraubendreher das hat man gerade gesehen durch und kam tatsächlich oberhalb von diesem letzten streichhölzchen da raus das war wirklich ich habe nicht gedacht dass ich das schaffe ich dachte mal gucken wo du rauskommst ich kann genau da raus wo ich wollte das war also ich habe von der seite durchgepeilt ich habe den schraubendreher dann so gehalten und ja das hat funktioniert habe dann da vorne eine led dran gemacht eine eine die sind die kleinsten diese diese ich verlinke sie euch unten mal das sind die wo ich damals 150 stück gekauft habe und die setze ich überall ein die werden förmlich gespampt bei mir auf der anlage habe das auf das hölzchen geklebt und habe damit so einen deckel oben drauf gemacht wo dann das hölzchen mit dem lämpchen mit der led drunter mit verschwindet habe mir überlegt das könnte ja so eine indirekte beleuchtung für den tunnel sein ursprünglich sollte ja in den tunnel noch eine lampe rein naja das leuchtet ja fast bis hinten hindurch das ist ja nur so tief das ist ja alles quatsch aber das braun gemalt die sache war für mich erledigt und dann dachte ich mir okay nachdem das fertig war auch sieht ja richtig süß aus das passt ja irgendwo schon und das geht nicht da muss irgendwas nach oben drauf habe natürlich dann ist ähnlich gemacht wie unten habe dann weißleim hinten reingeschmiert da war so eine kleine lücke da wäre mir die erden dauernd abgehauen und habe das ganze dann mit erde berieselten größeres stückchen dazwischen gemacht und dann mit wasserweißleim wieder zugemacht das heißt ich wollte hier simulieren als wenn da auch schon was drauf gefallen wäre ein glück habe ich das davor gebaut der fahrer wäre tot gewesen und als es dann getrocknet war das heißt wieder mal so eine folge deswegen hatte ich ja letzte woche nach einer anderen eingeflochten nicht letzte woche vorletzte woche da trocknet ja alles ewig ja es ist ja nicht so dass man ständig weiter basteln kann man macht was lässt das trocknen ich stelle ja immer mein kleiner ventilator daneben damit ein bisschen schneller geht und naja gut das dauert halt alles und dann hatte ich mir weiterhin überlegt denke gut die auffahrt hoch die schräge alles schön und gut die ist auch sehr eng die ist genauso breit wie dieses hart schaum teil was daran geklebt habe und das war um wieder genauso breit wie der bagger der da hochfahren sollte dachte ich auch nicht so pralle versuchst du das ein bisschen irgendwo noch mit irgendwelchen stein schutz die dinger da halte ich da angebaut habe ja das hatte ich mir auf dem bild angeguckt das kann man durchaus anbringen dass da eben nichts runter fällt so ähnlich wie bei dem tunneleingang und dass auch der fahrer der da hoch fährt ein bisschen sicherer ist und nicht immer gleich in den abgrund darunter guckt sagt und deswegen habe ich das gemacht ich fand das recht nett ich fand das recht passend irgendwo auch da habe ich dann wieder schütt oben drauf gelegt auch da habe ich wieder mit erde ein bisschen verrieselt auch da habe ich mit alkohol eingesprüht da habe ich wieder mit wasserweißlein fest alles werden lassen habe dann noch einzelne steine angepasst die da so ein bisschen drauf liegen die dann eben auch so draufgerollt sind und zum glück war das da ansonsten wäre ja wieder einer tot gewesen und so weiter und so fort und das habe ich dann auch mit habe ich dann auch mit grauer farbe wieder bemalt das ganze dann was ich euch nicht zeige immer wenn das ist nicht das wird die farbe dunkel nach die bleibt nicht so hell wie man das hier sehen trotzdem habe ich zum schluss mit wasch das ganze noch ein bisschen naja schwarzer gemacht irgendwo ja dass das eben passt zum eigentlichen stil des ganzen dass es keine helle schut dazwischen liegt dann habe ich mir als letzten part als vierten part ein fliegengitter genommen aber diese fliegengitter damit habe ich ja damals unterhalb von meinem deckelchen das wird ja alle vielleicht gar nicht mehr wissen das zeige ich euch mal separat oder ich verlinke es oben in der ecke auf jeden fall habe ich damit mein gelände stabilisiert habe da weißlein damals aufgetragen dass alles ein bisschen stabiler ist und das war schwarz und schwarz kann ich das nicht machen das sieht blöd aus wenn ich dann schwarzes schwarze gage dranmache also habe ich sie braun gemalt und habe das so ja braun gemalt hat und das wollte ich nämlich rechts hin machen bei der konrechts durch den tunnel kommt ja der zug durchgefahren da habe ich ja steinbruch daneben ist schlecht wenn da ein stein runter fällt lockfahrer tot muss nicht sein und habe dort mir eben als stein schutz dieses dieses gage dieses kennt man ja von 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 autobahnen so in bergen oder sowas wo dann diese netze da an dem werden den hängen hängen an den hängen hängen dass das eben entsprechend nicht auf die fahrbahn fällt oder hier in dem fall auf die schienen drauf fällt das also habe ich mir das ein bisschen geschützt hat man das da dran geklebt man sieht schon durch die braune farbe sieht das recht nett aus wenn das schwarz gewesen wäre hätte es ausgesehen wie fliegen gage ja ist ja welche und dann habe ich mir überlegt wie mache ich es fest ich nuschle heute wieder ein bisschen dann habe ich mir überlegt wie mache ich es fest einfach an kleben wollte ich nicht sieht doof aus also habe ich mir federdraht geholt den habe ich mit 0,4 mm eben gezeigt oder 0,37 also 0,4 war es glaube ich als ich damals gekauft habe hier sieht man es ein bisschen habe den oben umgebogen habe den so zwei zentimeter lang gemacht und damit habe ich das fest gepiekst ja bei mir am felsen hier sieht man es recht gut und das war natürlich eine aufgabe ich habe farbe an fingern lasst euch davon nicht stören das war natürlich eine aufgabe das da reinzukriegen dann haben die sie immer versucht wieder zu verdrehen und 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 aber es hat zum schluss funktioniert wir sehen es hier und es sieht meines erachtens dadurch deutlich besser aus es soll ja eine art metall netz darstellen ja und sieht meines erachtens besser aus wenn ich das festpliege weil dann hast du mir den effekt ebenso es wird von diesen spangen gehalten oder von diesen was auch immer dann felsen rein geschraubt wurde damit die netze halten und ich finde das sieht gut aus ja wenn man sich überlegt wie klein das eigentlich alles ist im format 1 zu 160 wie willst du es darstellen ich hatte erst vor wirklich maschendraht anzubringen also jetzt hier diese kleinen drahtgeflechter ich fand dieses netz wesentlich angenehmer vom vom aussehen her als wenn ich so eine metallgarage genommen hätte die viel feinmaschiger gewesen wäre und wenn man sich das wirklich mal auf den in echt anguckt die sind relativ grobmaschig da hängt nichts extrem feinmaschiges an der wand und das konnte ich eben schön rein drücken das konnte ich schön formen und ich fand das vom aussehen her dass es nett ist dann habe ich noch einen kleinen rest genommen den hatte ich abgeschnitten und den habe ich dann fein säuberlich zusammengeknüllt und habe ihn dann da unten hingeklebt einfach so ein rest von irgendwas damit das aussieht als wenn da noch was bereit liegt und woanders anzubringen oder wie auch immer was mit das über ratten kopf gegangen weiß ich nicht mehr aber ich fand es passend da unten daneben hin es kommt ja sowieso noch viel viel kleinkram dann das kommt ja in den nächsten folgen alles noch das heißt wenn die weitere ausgestaltung dann kommt die fahrzeuge müssen noch bemalt bzw. mit airbrush bearbeitet werden dann muss da ist noch so viel arbeit was vor mir liegt jetzt hier beleuchtung und 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 das zeige ich natürlich alles in den nächsten wochen und werde natürlich zwischendurch auch immer mal wieder ein paar andere videos rein basteln dass man nicht immer nur den steinbruch sieht aber guckt mal ich finde das kann man sich kann man sehen lassen oder mit diesen ganzen teilchen daran und es ist wieder mal typisch es sieht in echt besser aus als man das hier vielleicht auf dem video sieht da habe ich die beleuchtung angemacht mit der kamera mal richtig tief so tief guckt man bei mir eigentlich man ja so ein bisschen schräg drauf viele wissen es ja nicht oder keine ahnung meiner meiner mobile ist ja ungefähr so meter 50 meter 60 hoch das heißt ich habe wirklich so richtig schön schrägen blick in das ganze rein und körper die nachtsicht lässt sich gut an das macht sich gut das sieht nicht aus gefällt mir recht gut ich habe euch hier oben noch zwei videos verlinkt da könnt ihr gerne draufklicken das passt alles ein bisschen zum thema zum steinbruch zur elektrik und da könnt ihr gerne weiterschauen und ich würde mich freuen wenn ihr nächste woche 16 uhr wieder dabei seid ansonsten würde ich sagen macht schön gut bis dahin tschüss euer uli